da sind wir wieder bei Super Mario 3D-Mold heute geht's weiter mit auf dem Holzweg so jetzt nehmen wir mal Rosalina das ist ein das ist ein die 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 Ja, aber wäre das irgendwie. Idiot. Oder war es schlau? Ist so oder so nur ein Pelz dran? Okay. Okay. Ach ja. Für mich sah es aus, als wenn er was. Kann ja sein. Du mies. Wer der ist. Ja! und die Brust wie sie schüttelt ja natürlich die Fähre mit fünf Malden Wurzeln Tja Ich habe keine Chance. LB macht eine Lueu. Ich hätte, irgendwann muss man da so einen grönen Stern. Wie behindert sieht das denn bitteschön aus? Sieht genauso behindert aus wie bei Beach. Mann, was ist das denn für ein Scheiß-Level? Mal ernsthaft. Das ist vollskillig. Hier einfach nur hinein. Ja, jetzt kann ich keine 3 Attacke mehr machen, weil ich dieses Scheiß-Ding habe. Fick dich doch. Du solltest ein Troll sein. Partmischer Rosalina auch so. Dings klein, äh, langsam ist. Boah, das ist eine coole Attacke. Oh, oh, oh. Troll. ok gleich ein gemütlicher Tag hier ist ein Problem, dass man natürlich nicht weiß, ob er in grün der Stirn ist naja das ist in grün der Stirn ich sehe den Stempel aber naja kann ich den Schuh von hier erreichen das war irgendwie so idiotisch das ist ich dachte ich könnte das irgendwie naja das war der 2 ah ja ha 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 Lass mich in Ruhe. Nein. Nein. Das ist irgendwie klar. Juhu. Nein, da ist nichts Besonderes. Deswegen gehe ich da mal nicht lang. Ich möchte ja nicht ganz schlecht sein. Das ist nicht mal. und schlacken. Wo gibt es hier bitteschön eine? Wo gibt es hier bitteschön eine Double Kirche? Aha. Kann man das schaffen? Auch wenn meine Zeit jetzt ausgeht. Mann ist das ne Scheiße. Na ich weiß wo der ist. Der läuft zu sterben. Juhu Rosalina hat es geschafft. Wenn wir jetzt nochmal Rosalina, dann ja wieder jemand anderes und ein Baby Rosalina. So sah Rosalina aus als er noch ein Baby hat. Die Level sind alle nicht so easy. Rauf auf den Zielfall. Wow. Ich muss sagen. Dieses Level. Könnte das längste sein, was ich hier gespielt habe? Also. Ja okay. Das ist gut. Das ist ein пар See. Wir versuchen gleich eine Lange, was der König ist. Und unter sollte nur das Schlechtman nicht seine Zusammenh incong deposited werden. Was sicherlich bei nem seinen Typen. Die Schlange. Nach richtern. Bis zumшение! Die Schlange. then evolve nach ganz Milwaukee. Ja, geil. Das wollte ich aber gar nicht. What? Mach ich gern noch einmal. Noch einmal bitte. Ey, da war ich jetzt völlig neben der Rolle. Oh, mach das jetzt hier. What? Das hat man immer die Bestzeitung gezeigt. Ich könnte schon jetzt, diesen Sieg hat. Oh, schade. Boah, ich könnte jetzt schon da sein, aber ich will die goldene Ziegel. Ich hätte, könnte das schon reichen können. Schürzt hier. Nein. Egal, das war aber lustig. Einfach mal das Ziel überholen. Das ist eine Möglichkeit. Das ist, glaube ich, eines der kürzesten Level, aber ich würde es trotzdem jetzt noch mal machen. Ich glaube, ich würde es auch nicht sagen. Obwohl Salina ist das dafür gut gemacht oder so, hätte ich nicht gedacht. Wenn hier, wenn hier das wirklich das Ziel gewesen wäre, hätte ich gelacht. Also, Level-Name hat das schon ein bisschen gewesen. Facepalm da, die Extreme Edition. Facepalm Extreme Edition. Facepalm. Ich mag das, wenn man so schnell ist. Na okay, Rosalina ist eher langsam. Ich glaube, mit Tod, natürlich mit Tod könnte man ja ein… Könnte hier einen Word Record machen. Vielleicht. Oder auch, wie hier schön gesehen, failen, wenn ich schon so nah mit Ruralina da bin und das wahrscheinlich so langsam wie Peach ist, eben schön abkürzen. Hmm. Ich will das jetzt hier überholt. Nein! Ich muss nur sagen, das ist schwer, die goldene Flagge zu bekommen. Ja, nein, 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 aber wenigstens, ja, wenigstens, wenigstens, wenigstens hab ich alle, alles, alles. Bomben und Spaß im Land, der Blöcke, uh, uh, uh,uchen wir jetzt immer… Ja, komm, dieser Pato-Drosalina-Wart. Cool. Cool. Wofür sind die Blöcke? So, kaputt. Hat nicht den gewünschten Erfolg. Ach, sieh. Ja, das ist ein Wofür. Äh... Das ist schon. Ja, das war's. Ja, das war's. Es ist ja wohl, dass wir die Fähre haben. Die Ode. Ja, 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 das war's. Okay. Da ist der Stempel. Hm. Ja, das bringt mir jetzt herzlich wenig. Ja, ganz. Hm. Die question ist hauer, ne? Ja. Huh? Aha! Ja. 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 ich habe hier eigentlich schon die attacke die man mit dem teil die hat das sind immer eine Ahnung. Okay. Ich hab's einfach gefunden. Indem ich eine willkürliche Stammattacke ausgeführt habe. Ich glaube, so macht man das. Damit macht man eine leichte Ziel. Eine Flagpole-Action. Ja. 24 Minuten, das geht ja noch einigermaßen. Und dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, Daumen hoch, wäre nice von euch. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Part von Super Mario 3D World wieder. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.